Hallo zusammen und willkommen. Moringa gilt in der ayurvedischen Heilkunst als das Wundermittel schlechthin. Der Baum des Lebens soll nicht nur gegen zahlreiche Krankheiten wirken, sondern beinhaltet unzählige Mineralstoffe und Vitamine, wie sie angeblich in sonst keiner Pflanze enthalten sind. Wer daher gesünder leben möchte, ist eigentlich bei dem Wunderbaum richtig aufgehoben. Aber wie gesund ist er wirklich? Was ist der Moringa genau, welche Inhaltsstoffe machen ihn so besonders und für welche Krankheiten kann die Pflanze eingesetzt werden? All diese Fragen klären wir im heutigen Video. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Moringa, auch bekannt als Meerrettichbaum, gehört zur Gattung der Binusgewächse und wird in vielen Ländern als Wunderbaum hoch verehrt. Seinen Namen Meerrettichbaum hat die Pflanze übrigens von Senfölen in den Sukkulenten, da diese einen ähnlichen Geruch wie der Wunderbaum aufweisen. Das Wachstum des Baumes hängt hingegen stark von den klimatischen Bedingungen sowie der Bodenbeschaffenheit ab. Sollten daher keine optimalen Bedingungen vorhanden sein, wird Moringa nur die Größe eines Strauches erreichen. Anderenfalls erinnert er von einem Aussehen eher stark an den Affenbrotbaum. Ursprünglich kommt das tropische Gewächs aus der Himalaya-Region, hat sich aber schnell über viele Teile Indiens ausgebreitet. Heutzutage ist die Pflanze auch in arabischen Ländern, Afrika sowie in Südostasien zu finden. Anders als bei anderen Gewächsen können bei Moringa alle Teile verwendet werden. Die Blätter werden gerne für Tees verwendet, getrocknet werden sie auch in Pulverform angeboten. Grundsätzlich wird in Europa das Pulver der getrockneten Blätter verwendet, wobei diese jedoch weniger frische Bestandteile aufweisen. Moringa zählt zu einer der nährstoffreichsten Pflanzen auf der Erde. Das Gewächs ist nicht nur reich an Antioxidantien und Spurenelementen, sondern beinhaltet zudem 18 bis 20 essentielle Aminosäuren. Die Blätter sind reich an Mineralstoffen wie Kalium, Kalium, Eisen, Zink und Magnesium. Gleichzeitig kommen auch die Vitamine A, C und K an der Pflanze vor. Weitere wichtige Nährstoffe sind unter anderem Proteine und Öle, die sich besonders bei der Unterernährung als besonders wirksam erweisen. Auch Omega-3-Fettsäuren sind ein wichtiger Bestandteil der Pflanze. Aufgrund all dieser Inhaltsstoffe ist es durchaus plausibel, dass Moringa auch antientzündliche und antioxidative Eigenschaften aufweist. Stell dir vor, du brauchst lediglich ein Zehntel Gramm Moringa-Samen, um einen ganzen Liter Wasser bakterienfrei zu machen. Laut Angaben der ayurvedischen Heillehre seien die Wirkungsbereiche von Moringa beinahe unendlich. Ceatin, ein Hormon, sorgt zudem dafür, dass der Baum sehr schnell wächst. Bei der Einnahme von Moringa führt dies also dazu, dass dein Körper die wertvollen Inhaltsstoffe umso schneller aufnimmt. Berichten zufolge reichen Aufzeichnungen über die weitreichenden Heilwirkungen der Pflanze Jahrtausende zurück. Wissenschaftlich bewiesen wurden einige davon jedoch noch nicht. Gegen welche Beschwerden soll also nun der ayurvedische Wunderbaum helfen? Laut Angaben ist es möglich, Moringa bei über 300 Leiden anzuwenden. Bei den nun folgenden Beschwerden ist bereits eine heilende Wirkung bekannt. Dazu gehören Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen, Infektionen, Schmerzen, Rheuma, Asthma, Allergien, Anämie, Kopfschmerzen, Atemwegserkrankungen und Unterernährung. Eine vielversprechende Studie zeigt sogar mögliche positive Wirkungen gegen Krebs. Auch bei hohem Blutdruck ist Moringa aufgrund seiner außerordentlichen Eigenschaften sehr wirksam. Weitere Untersuchungen geben zudem bekannt, dass Moringa gute Chancen aufweist, gegen Diabetes Typ 2 anzukämpfen, da eine Einnahme nicht nur zu einer Senkung des Cholesterinwertes führt, sondern auch eine steigende Tendenz beim guten Cholesterin beobachtet werden konnte. Wie und wo ist Moringa überhaupt erhältlich? Das Heilmittel ist entweder in Kapsel- oder Pulverform erhältlich. Für die Dosierung wird empfohlen, sich stets an die angegebenen Werte zu halten. Nachdem sich der Körper daran gewöhnt hat, kann dann die Dosis immer noch gesteigert werden. Das Pulver kann zum Beispiel in diversen Nahrungsmitteln untergerührt werden. Du solltest jedoch stets darauf achten, dass du das Produkt von einer seriösen Quelle erwirbst. Mittlerweile bieten auch Reformhäuser oder Drogerien Produkte mit Moringa an. Unser kurzes Fazit. Die Heilwirkung von Moringa ist bereits seit langer Zeit bekannt. Aufgrund seines hohen Nährstoffgehaltes sowie des schnellen Wachstums wird er von zahlreichen Menschen hoch gepriesen. Wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es jedoch von den wertvollen Inhaltsstoffen nur weniger. Moringa mag zwar eine besondere Nährstoffquelle sein, ob jedoch wirklich alles stimmt, wird sich erst nach weiteren Studien zeigen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.